so meine Lieben ich weiß nicht ob sie schon wussten wir sind wieder da herzlich willkommen zurück zum Let's Play Together Starbound mit dem Ironia LP Hallo letzte Folge ist jetzt schon ein paar Tage her um das lag daran ich hatte ein bisschen Trappel mit einem Aufnahmekollegen da werde ich mal noch ein kleines Statement zu abgeben das hat hier mit Starbound rein gar nichts zu tun es hatte nur indirekt damit was zu tun ich hatte aufgrund dieses Trappels Prozent dieser Problematik die entstanden ist einfach kein Bock weiter irgendwas aufzunehmen und ich habe schon aufgenommen in einem Video sagt wenn man keinen Bock hat sollte man es lassen deswegen habe ich mir dann gesagt lasse ich es habe ich mal eine Pause gemacht jetzt ist wieder alles in Ordnung wir sind wieder da und die Ironie rentiert sind ja schon völlig nervös hier rum wir wollen nämlich nächsten Boss kloppen gehen genau Leute so und zwar müssen wir dafür erstmal im Robotic Crafting Table ähm müssen wir einen äh Creature Capture Station bauen ich habe gerade schon mal dafür schon mal ein bisschen Kohle besorgt jetzt brauchen wir nur Duracell-Bars ich habe mir schon alles dafür aus den Kisten rausgenommen ähm wir werden dann jetzt mal 20 Duracell-Bars erstellen ähm diese haben wir hier okay so 20 Stück es spricht heute zu C Lehrmeister Yoda so jetzt wieder nach oben und jetzt können wir uns den den Creature Capture Station machen so das haben wir dann auch schon dann gucken wir mal hier im Inventory ähm packen wir uns mal hier oben hin so dann ah okay ich habe es mal hier oben hingesetzt ne na ähm so und jetzt brauchen wir einen äh Peanut Butter Trap Butter Trap äh okay so und den Peanut Butter Trap da brauchen wir 40 Duracell-Bars für und 700 Pixel da gucken wir mal ob wir noch genug Duracell-Bars zusammenkriegen mhm da 40 Stück hatte ich gerade gesagt ne ja oh ich kann nur 29 machen das ist äh das ist sehr ergerlich äh Kohle hab ich noch falls dir Kohle fehlt die hab ich noch ähm Kohle fehlt mir nicht mehr fehlt noch Titanium aber ich hab hier noch was in Prozent in normaler Form da schmelz ich mal kurz ein ja in der Kiste auch noch Titanium oder ja klar kannst du mal alles runterbringen schmeißen mit in den Ofen rein gut machen wir machen wir machen wir so äh was haben wir eigentlich noch alles drin hier burning coals don't burn your feet was 17.000 Pixel ja ja dann nach oben jetzt müsste das aber reichen wo haben wir es wo haben wir es da so ach so 49 nein so viel brauch ich dann doch nicht 31 auch nicht 30 kraft so jetzt brauch ich noch ein paar Pixel dafür verlei ich mir mal hier ja ein zwei war schon wieder zu viel fast ja dürfte reichen ach ach warte mal da müssen wir noch ein anderer Teil dran ähm haben wir es denn hier dann machen wir kurz alles mit hier äh haben wir noch einmal zum Refinery da dass ich mir ein paar Pixel machen kann ja das was in den Kisten ist ähm ja jetzt mal noch ein paar Bananen dann noch ein bisschen was zu essen gefunden ja das ist gut äh ich suche jetzt aber noch was ähm warte mal ja das Platinum das will ich nicht unbedingt dafür nehmen na ja nimm doch wir finden wieder naja komm naja gut ich geh jetzt mal rein na so ach da ist er ja so so da passt der Rest kommt dann raus ähm da nein da war's genau da schon mal wieder zurück ähm da ach 40 40 du was äh war's da dürfte ja auch mal hattest du eben noch selbst gesagt äh stimmt stimmt ja ich bin da immer etwas vergisslich äh ah da haben wir noch erde wunderbar er war so da du was äh na klar da da kommt da kommt so so Buttertrap ok jetzt habe ich hier dieses Peanut Buttertrap Teil ich komme mal runter ja ähm so 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 warte mal wo bist du gerade ich bin gerade ein Stück nach rechts gegangen bin ich noch weg ach so ja hier vorne äh kannst du mir mal kurz was zu essen geben ich habe hier oben auf dem Schiff Bananen hingelegt ach so ähm ja warte ach so ähm ja warte nö 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 Prozent einmal irgendwo platzieren hierhin ich weiß nicht irgendwo grad hügelig keine Ahnung ja was besser ist eigentlich ist ja scheißegal ne weil im Prinzip wir müssen nur legen ne ja das ist so so gerade mal kurz heilen hier ich pflanze hier gerade mal noch alles an kann das nämlich mal noch vor sich hin wachsen hier in der Zeit wo wir episch den Boss legen richtig ja hier vorne ist ganz gut es war nur ein kleines Feld aber ja da sollte ja kein Problem sein ja richtig genau so mit dem Trill mal kurz an den Baum gefällt wie sich das gehört hier jo da holz will ich haben hier so okay ähm Erde da so bin gleich soweit ja wenn ich weiter noch so ne Scheiße zusammenbaue so äh da ist das Dach so so da noch einer hin jetzt können wir den noch hinsetzen hier zack 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 wunderbar oh passen alle nebeneinander sehr schön so alles angepflanzt jo sehr gut so dann komm ich mal ja äh Waffen 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 wach wach willst du denn Hilfe woher rennen denn hier rum vier Schildkröten hier auf einem Haufen mein Gott das ist doch nicht wahr so 500 Pixel haben wir eben gemacht und das ist der nächste ouch da ist ich doch so nochmal 500 Pixel kann doch nicht wahr sein so wo bist denn du langgegangen oh jetzt doch warte 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 so direkt weggeschnetzelt wunderbar ah nicht ja hau mal rein keine Ahnung was uns erwartet aber werden wir mal sehen äh warum lässt sich der Teil jetzt nicht platzieren wegen dem Baum warte ah steht uuuuuhu alter alter guck der Teil auf einmal da runter was ist alter er ist auf die kleinen hier ne auf die ads ja ich kümmere mich mal kurz um das ad mach du mal das andere mach das schon ja probiere ich gerade aber ich glaube der macht gleich mich ja der Teil das ist uah ich muss mich heilen ja ich auch alter ich habe langsamste knachel im spiel hier gibt es doch nicht ok so jetzt geht es taub da alter mach dem fiesisch mal schaden und da ist wieder das ad da ist wieder so ein ad hier ok ad ist gleich down glaube ich ok kurz da was zur Heilung reinklopfen ich muss mit meiner Waffe mal treffen das ist doch schütz dich mal kurz ich muss mich heilen kann das viel mal unten bleiben ne jeder Teil kann nicht unten bleiben jumpt hier die ganze Zeit durch die Gegend wo sind wir denn hier da ist aber keine Energie mehr oh ich glaube da hat man doch smash da müssen wir aufpassen ja ich ja ja ich nehme lieber die Fernkampfwaffe wenn er nicht so viel ausrichtet weil er hat ganz schön viel rein wenn du den so angreifst ouch huch 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 ah was hat er denn jetzt warum bin ich nicht weg ja das freut mich gerade auch tsch leihwatt ich komme wieder runter hm huch hm 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 Schau, lauf da rein. Das Vieh, das soll da in die Teile reinlaufen. Ja, ist gleich down, ey. Mein Gott, der Teile, das ist da jetzt. Ja, ist down. Haha, meins, 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 meins. So, dann ab, warum schief? Wie wir wissen, was wir jetzt als nächstes sagen, in dem X-Sektor. Also so schwer war das jetzt auch nicht. Ne, das ging einigermaßen. Also den fand ich ja sogar leichter wie den Drachen, also. So. Ähm. Was können wir jetzt eigentlich neues bauen? Was waren dort nochmal? Ach ja, das Star-Map. Ne. War das Star-Map-Upgrade? Ja. Ja, müsste das sein. Das Vier haben wir aber schon, dann brauchen wir einen Drachenknochen dazu. Fehlt noch irgendwas. Müssen wir noch irgendwas vorher craften. Dragon Bone, ja. Hast recht, ein Dragon Bone brauchen wir dafür. Ne, ne. Das ist ja das alte Upgrade für den Delta-Sektor. Ach, ja. Ja, stimmt. Dura Steel Tech Upgrade brauchen wir. 40 Dura Steel Bars. 40, okay. Ich gucke nochmal, was ich da rausholen kann bei mir. Ich hab da noch ein paar. Also, ich kann genau neun Stück craften. Das hab ich jetzt auch gerade gemacht. Die kann ich dir auch gerne zuwerfen. Dura Steel Tech Upgrade, so. 40 Stück brauchen wir. Ja. Haben wir noch genug zum Basteln? Hm, ich guck gerade mal, was ich noch hier von dem Platium hab. Platium hab ich keins mehr. Mal gucken. Platin. Brauchten wir dafür nicht Titanium? Ach ja, stimmt, hast recht, Titanium. Ähm, Titanium haben wir mehr, oder? Was jetzt Platium, oder was? Ach, hier 47. Titanium-Barren, na, siehste, wir haben da noch genug. Ja, gut. Äh, Dura Steel Bars. Äh, Kohle hast du noch? Ja, ja, hab ich noch. Ja, wenn nicht, ich knapp noch ein bisschen was. So. Dura Steel Tech Upgrade, pam. So. Musst mir das ja auch noch kurz craften, also. Ja, dafür reichen die Bars nicht mehr. Ah. Aber gut, das können wir ja noch nachholen, dass wir nicht das Problem nehmen. Ja, klar, dann lass jetzt erstmal rüber an den X-Sektor. So. Oh, wir haben kein Fuel mehr. Wir können nicht rüberfliegen. Äh, warte mal, ich geb...